Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege Jetzt kommen ja nur noch 3 Folgen Theo Wenn das wirklich stimmt mit den 10 Folgen die da jetzt sind Das heißt eben halt, es sind die letzten 3 Folgen für die Staffel 3 Und dann gibt es erstmal eine kurze Pause Und was weiß ich Also wir werden dann in der Zeit Vielleicht mal was anderes spielen Und nicht immer das gleiche Also nicht immer Rainbow Da muss man ja auch nicht Und ich habe meine Lieblingsmap bekommen Ja, nice Und das muss man ja auch nicht immer haben Würde ich sagen Wohl Und ähm Ja Ich brauche einen anderen Talisman Ich brauche meinen Glücksbringer Und Naja Also nebenbei läuft ja auch noch Ark Survival Evolv Und wir ja immer noch Dort Äh Den Jurassic Park bauen Wo wir im Moment gerade nicht Weiter kommen Weil ich keine Lust habe Weil wir es Tausendmal jetzt wieder bauen und so Aber Naja Also wenn ihr das seht Ist schon eigentlich Also dauert noch Ist aber bald fertig Also wie gesagt Ihr habt da 3 Nullen vor der 1 Und das Heißt eben halt meistens schon Bei mir tausend Das ist das erste Let's Play Was tausend Folgen haben kann Haben kann Es muss keine tausend Folgen haben Weil ich Denke mal so 100 150 700 800 900 Werden Drenne sein ne Ich muss nach oben Ich muss nach oben Bitte Keh mich nicht Ich bin wieder weg Also wie gesagt Das ist ein Projekt Und An einem Projekt Gibt es keine Staffeln So wie bei Rainbow Rainbow ist ja kein Projekt Finde ich Mal wieder Idioten Wie in der Let's Ja komm Ja Schöne sind Und Spannende Ich bin 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 Blackbeard, share with Blackbeard What the fuck? What the fuck? I'm getting killed Yo 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 I'm just excited A little bit I think we'll get it I hope Danke Lol Wie lacht der denn? Ah, alles klar Das läuft doch schon mal gut mit Capcan Glücksbringer hilft Wir probieren mal Termite Nein, wir probieren Wir probieren Wir probieren sie mal aus Ne? Also Hibana meine ich Mit Rot und Ne, dieser Glücksbringer hilft mir nicht so Das Witzige ist Ich hab ja noch die Kersetür Das ist geil Haha Die Kersetür finde ich irgendwie doch abgeheizt Mit der Chanka Und so Jetzt hätten die Gut, was sollten die jetzt machen? So eine Frostmatte wär noch geil oder so Das letzte Mal Gibt es ja schon Hm? Irgendwas neues einfallen lassen Naja Ups Und kann auch immer weiße Warte schießen Um, kann auch immer weiße äh, kriegt nicht hin ich find die Hibana immer noch in rot immer noch in roten Tarnung immer am geilsten Loll, voll verkackt ich find die Hibana immer noch in roten Tarnung ich find die Hibana immer noch in roten Tarnung ich find die Hibana immer noch in roten Tarnung kann ja euch nicht versprechen aber ich hoffe wir gewinnen das jetzt ich find die Hibana immer noch in roten Tarnung so und die kommen dann hier nicht durch mein, was tust du? Idiot ich find die Hibana immer noch in roten Tarnung 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 mann, ich wusste es hatte aber keine Money mehr ja das auch ich hatte aber keine Money mehr oh mein Gott wie vergessen wir es scheiß drauf alles klar er verlässt einfach was du musst die Hibana immer noch in roten Tarnung leckern dass du jetzt die Hibana immer noch in roten Tarnung You are ready for ready Ah, schluffy Oder garter Nee, schläft Ach, Cavera Chanka My hands Ash, 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 open the wall, please Go, 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 go Not this wall, idiot You are idiot, faggot, nigger No player inside, only Tachanka behind the castle But Tachanka is the only one who is behind He 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 Erstens, I have to first shot Zweitens Er is schon lange tot gewesen Go, oh egal, man, what for idioten Wat macht Oh mein Gott, ich kann wonder, dass sie rausgegangen ist Es ist keiner im Raum Oh You can go in No player inside You can go in Idiot Go in Fuse, go in No player No player I think no player inside Yes, behind the castle is Tachanka But Oh egal, geh doch einfach rein, man Oh Gott, alter Oh Ich kann's nicht fassen, Alter Wie Oh mein Gott Ich kann's nicht fassen, wie schlecht Oh mein Gott, er weiß Er ist geil Oh 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 Keine shot, gar nicht Ich vermisse Yacht Ich hoffe beim nächsten Update, oder beim nächsten, ne Siehe, kommt das wieder Äh, kommt die wieder Und Favelas vermisse ich auch Die war cool, man Ich wollte die eigentlich immer nehmen, aber jetzt Nö, nö, nö Weißt du Ist cool Favelas ist ne geile Map Und Yacht auch Hoffentlich Yacht Weniger so mag, aber Naja Ich finde immer noch trotzdem, man sollte Jeder Map Eigentlich Ja, sie ist gut Gut Und hier hinten auch Und hier hinten auch Ich geh in die Garage und warte einfach ab Und hier hinten auch Ich komme von hier lol was ja idiot fucking team ja tot noob oh mein oh mein gott wie schlecht bist du du nur 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 ich dachte wir gehen nein gewinnen wir anscheinend nicht und da wir eben halt nicht 3 0 hinten verloren haben oder 3 0 gewonnen haben gibt es keine neue folge immer wenn wir drei also hintereinander wenn wir 3 0 haben oder zurück also zurück oder vorne liegen dann gibt es immer eine neue folge aber da es ja nichts ist sehen wir uns in der nächsten folge bei rainbow six siege tschau letzten zwei folgen letzten zwei folgen